so eine Art Verbevideos sein und zwar macht HelpyTV, das hier ist sein Kanal, 24 Abonnenten hat er, also macht er hier, macht Tutorials, so sieht sein Kanal aus, hier sind seine Uploads, eigentlich ein relativ netter Kanal, ich hab ihn ja auch abonniert und ich hab ja auch ein Intro von ihm, das werde ich dann auch zeigen, Intro was er gemacht hat. Indem ich einfach in den Videomanager gehe, da sind erstmal meine ganzen Videos und das ist noch nicht lange her, dass ich das noch hochgeladen habe, da, da ist sein Intro, werde ich jetzt ein Vollbild machen, aber das ist erstmal was er erstellt hat, hat er natürlich für mich gemacht, er kann natürlich auch für weitere Intros machen, der ist einfach ein ganz netter und er macht Intros, für andere, das bringt auch was, weil dann vielleicht ein paar mehr Abonnenten kommen, er hat das mit Intro hier gemacht, ich hoffe mal, dass HelpyTV dieses Video gefällt, ich hab ihn übrigens auch hier so, vielen Dank für das Reden und da hab ich das hier auch hingeschrieben, hier seinen Kanal und da ja auch Kanalverstellung, da ist noch Cyber-IP, weil ich hab unbedingt in sein Kanal-Video reingekommen und da werde ich jetzt auch noch ein Video dazu machen, aber erstmal bis zu dem Video, sage ich erstmal Tschüss.